Hallo, ich bin Philipp Kraut von der Arbeitsstelle Grimmbriefwechsel an der Humboldt-Universität Berlin und ich stelle heute in diesem Video die deutsche Kurrenschrift vor, wie sie um 1900, aber auch im 19. Jahrhundert verwendet wurde und vor allen Dingen das Alphabet. Ganz grundlegend möchte ich in diesem Video Buchstabe für Buchstabe diese Schrift durchgehen, um Lesefähigkeit dieser Schrift zu trainieren und einen ersten Einstieg zu ermöglichen in die Lektüre dieser Schrift. Wieso ist es überhaupt wichtig, diese alte deutsche Schrift lesen zu können? Da kann man, denke ich, private und wissenschaftliche Interessen unterscheiden. Mir fällt auf, dass auch in der jüngeren Generation ein großes Interesse besteht, zum Beispiel Dokumente aus der Familiengeschichte, aus der Geschichte der eigenen Familie zu lesen. In sozialen Netzwerken kursieren viele Anfragen, ob denn mal ein Brief des Großvaters transkribiert werden könnte oder Taufbucheinträge transkribiert werden können. Also es gibt ein großes Privatsinteresse. Hauptsächlich geht es uns hier aber um die wissenschaftlichen Fragestellungen, die man mithilfe der Entzifferung und Lektüre der alten deutschen Kurrenschrift beantworten kann. Und da ist der Einsatzbereich ganz breit, vor allen Dingen, wenn man Originaldokumente aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert lesen möchte, aus dem 20. Jahrhundert, also in der Germanistik vor allen Dingen im Bereich der neueren deutschen Literatur, wenn man da original, handschriftliche Originalmaterialien nutzen möchte in Archiven und Bibliotheken, dann ist es unerlässlich, diese Kurrenschrift lesen zu können. Kurrenschrift ist einer der korrekten Ausdrücke für diese Art von Schrift, denn bekannt ist vielleicht noch eine andere Bezeichnung, nämlich Sütterlin. Da verwechselt man aber eine Spezialform der deutschen Schrift, die ganz konkret von einem Herrn Sütterlin um 1911 entwickelt wurde. Das ist dann schon eine vereinfachte Form dieser Kurrenschrift. Die zeige ich am Ende dieses Videos noch einmal ganz kurz. Ja, die deutsche Kurrenschrift war die Standardschrift, die man gelernt hat, wenn man Lesen und Schreiben gelernt hat, 19. Jahrhundert. Manche Leute haben auch in lateinischen Buchstaben geschrieben, aber das war, würde ich sagen, eher in gelehrten Kreisen üblich. Natürlich, da kenne ich aus der Familie Grimm zum Beispiel, ja, klagen darüber, wie schwierig es ist, die lateinischen Buchstaben etwas abzuschreiben. Ferdinand Grimm, einer der Brüder, der Brüder Grimm, hatte wohl mehr Schwierigkeiten, lateinische Schrift zu schreiben als diese deutsche Kurrenschrift. Ja, ganz basal, die Geschichte kann ich jetzt nur anreißen, dieser Schrift, aber auch die Kurrenschrift, ja, ist eine normale europäische Schrift aus dem Stammbaum der europäischen Schriften. Die geht zurück auf römische Schriften, römische, lateinische Schriften, und hat dann, ja, im deutschen Sprachraum ab dem Mittelalter, ab dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit so eine eigene Entwicklung durchlaufen, sodass, ja, sich eigene Buchstabenformen entwickelt haben, die von der normalen lateinischen Schrift abweichen. Und genau um diese Abweichung soll es im Folgenden gehen. Ja, es geht auch hier gar nicht so um theoretische Fragen oder um ganz spezifisch wissenschaftliche Fragen zur Schriftgeschichte, sondern soll darum gehen, ja, die praktische Lesefähigkeit zu trainieren, um, ja, eine Fähigkeit zu entwickeln, mit solchen alten handschriftlichen Dokumenten zu arbeiten. Ich gehe in dem Video Buchstabe für Buchstabe diese Schrift durch, weil ich auch das Bewusstsein dafür stärken möchte, dass die Buchstabengetreue oder, ja, die Lektüre einzelner Buchstaben, der ein guter und richtiger Anfang ist, um, ja, mögliche Fehlerquellen bei der Transkription, bei der Lektüre zu vermeiden, weil man ja von der normalen, schnellen Buchlektüre gewöhnt ist, Sätze, Phrasen und ganze Wörter quasi wie, ja, einzelne Bilder zu erfassen. Es gibt ja diese Tests, da sind zum Beispiel innerhalb eines Wortes Buchstaben vertauscht und man erfasst aber dieses Wort dann trotzdem als Ganzes und liest es korrekt. Man muss sich bewusst werden, dass die, ja, wortmäßige oder bildhafte oder gestalthafte Lektüre sehr schnell zu Fehlern führen kann, wenn man jetzt historische Dokumente transkribiert. Und deswegen ist es gut, gerade am Anfang Buchstabe für Buchstabe zu lesen, die Korinnschrift. Ja, es ist auch keine Fähigkeit, die man jetzt innerhalb von wenigen Tagen erreichen kann, also flüssig alle Arten von historischen Dokumenten zu lesen. Das ist schon lange Arbeit. Man muss sehr viel üben. Man muss verschiedene Schreiberinnen und Schreiber kennenlernen, verschiedene Arten von Dokumenten, Briefe, Konzepte, Notizen, um, ja, eine gewisse Routine zu entwickeln, aber das ist gut möglich. Ja, es ist auch das gedruckte, das gedruckte Pendant zu der Korinnschrift ist die Frakturschrift, die ja in den deutschsprachigen Ländern im 19. Jahrhundert verbreitet war. Es gibt natürlich auch schon wissenschaftliche Werke in Antiqua, in der lateinischen gedruckten Schrift. Die Fraktur war verbreitet und die Fraktur ist, wie gesagt, das gedruckte Pendant zu der Korinnschrift. Ja, Korinnschrift heißt sie deswegen, weil sie so nach vorne geneigt ist. Die Buchstaben sind verbunden. Korinnsch, lateinisch, heißt rennen, die Eselsbrücke ist es gewissermaßen die rennende, nach vorne geneigte, nach vorne strebende Schrift. Kursive Schriften gab es auch schon im alten Rom, auch eher für Schnellschriften genutzt, diese Bezeichnung. Und ja, diese Bezeichnung Korinnschrift wurde auch auf diese deutsche Korinnschrift übertragen. Ja, die, wenn wir uns die Schrift mal angucken, sie sieht sehr spitz und eckig aus im Vergleich zu den lateinischen Schriften. Wir haben sehr lange Unterlängen, Oberlängen. Die Buchstaben sind geneigt, das ist ungefähr ein Winkel von 60 bis 70 Grad. Und wir sind, wir sehen hier sehr, sehr eckige Buchstabenformen, also nicht wie in der normalen Lateinschrift, die wir heute alle schreiben, sind hier diese Bögen, zum Beispiel das M oder N rund, sondern eckige Aufstriche und Abstriche, die wir hier sehen können. Ja, wir gehen jetzt mal die Buchstaben durch. Das A ist relativ normal. Wir sehen hier, dass der Körper des A, dieser Bauch, oben offen ist. Wir sehen auch, dass hier nochmal so eine kleine Schlinge geschrieben wird und dass dann hier der Abstrich auch ein bisschen getrennt ist von dem A. Das B sieht relativ normal aus. So würden wir das vielleicht auch in der Grundschule noch lernen. Also ich habe das lateinische Schreibschrift B so noch gelernt. Beim C ist es dann schon ein bisschen schwieriger, weil es zwei Varianten gibt. Einmal so eine ganz rudimentäre Variante mit so einem Haken, dann so ein Abstrich und wieder so ein kleiner Haken. Und es gibt die Variante, die mehr nach einem uns normalen C aussieht mit so einem kleinen Haken hier noch. Diese Variante, diese einfache Variante, die wir hier sehen, die wird auch gerne mal in der Kombination mit anderen Buchstaben verwendet. Zum Beispiel im SCH oder im CK. Also das SCH würde man ja als einzelnes Graphem heutzutage bezeichnen. Graphem, deswegen, weil es die kleinste bedeutungstragende Einheit ist in dem Schriftsystem. SCH steht für das Vornehmen Sch. Und die einzelnen Buchstaben, also SCH hat ja S, C und H, können zum Beispiel jetzt in dem SCH etwas verschliffen werden. Und da wird häufig auch das C in der Mitte dann etwas verschliffen. Da sieht man dann eher diese Form oder noch weniger angedeutet. Das D, das kleine D, sieht sehr deltaförmig aus, wie wir das aus dem griechischen Alphabet kennen. Da gibt es auch Verwechslungsmöglichkeiten mit dem großen D. Das E sieht ganz anders aus. Und wir sehen schon, dass das E, wenn es etwas weiter auseinanderstehend, etwas breiter geschrieben wird, auch mit dem N zusammenfallen kann. Das ist eine Schwierigkeit, gerade bei so Wörtern, die viele M's und N's haben und E's, wo man dann eigentlich nur noch so zackige Auf- und Abstriche sieht. Da ist es dann sehr schwierig, dieses E zum Beispiel zu unterscheiden von einem N. Wobei man dazu sagen muss, der Kontext, das ganze Wort ist entscheidend. Man wird dann relativ schnell rausfinden, auch wenn jetzt das E zum Beispiel nicht so genau geschrieben ist, was da denn steht. Das F ist relativ normal. Beim G sehen wir wieder, so wie beim A, so einen kleinen offenen Bauch. Abstrich ein bisschen davon getrennt. Das H ist sehr interessant. Das H haben wir so gar nicht mehr in der heutigen lateinischen Schrift. Da gibt es große Verwechslungsmöglichkeiten zu dem Stab S, aber auch zu dem großen H. Oder auch vielleicht mit dem F. Wenn man diesen mittleren Strich von dem F, wenn der nur angedeutet ist, dann kann man vielleicht auch das H mit dem F verwechseln. Also das kleine H hat hier sogar so eine Unterlänge. Das ist eine Eigenart. I, J, einigermaßen unproblematisch. Das kleine K sieht auch ein bisschen anders aus. Man würde heute vielleicht hier eher so in der Schreibschrift einen kleinen Bogen schreiben. Daran gewöhnt man sich aber auch. L, M, N, O, relativ unproblematisch. Außer, dass M und N viel zackiger geschrieben werden. So, ich gehe auf die nächste Seite mit der nächsten Tafel. Hier ist wieder eine Variante angedeutet, nämlich das P. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu schreiben. Ich persönlich habe in Dokumenten des 19. Jahrhunderts eher diese Variante gesehen. Das ist oft ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier haben wir so einen D-Graph. Q mit U. Und wir sehen bei dem U auch gleich eine Besonderheit der Kurenschrift, nämlich den U-Bogen. Und der ist ganz wichtig, um das U zum Beispiel von dem N unterscheiden zu können. Also hier, dieser U-Bogen verrät uns, ob es ein U ist oder ein anderer Buchstabe. In der Realität sind natürlich die historischen Dokumente nicht immer perfekt geschrieben, wie hier auf so einer Schrifttafel. Das heißt, der U-Bogen kann auch mal weiter rechts stehen und man darf sich da aber nicht verwirren lassen. Genauso wie die Umlautpunkte oder I-Punkt oder der Punkt über dem J auch mal weiter rechts stehen können. Man kann sich vorstellen, dass im Schreibfluss, wenn man jetzt schnell schreibt, nicht genau guckt, wo man die diakritischen Zeichen setzt. Das R ist relativ gut zu erkennen. Hier mit so zwei Abstrichen angedeutet. In der Realität ist es oft auch verschliffener, dass es dann aussieht wie ein Abstrich. Also oft sieht man dann auch so das R. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Buchstaben S. Es gibt zwei Varianten. In einem anderen Video über Regeln und Spezialfälle werde ich auf das S noch genauer eingehen. Nur so viel. Es gibt zwei Varianten in der Korinnschrift. Das kleine S, ein Stab-S oder lang-S und ein rundes S oder Schluss-S. Und die Unterschiede bestehen in der Setzung dieses S. Also an unterschiedlichen Positionen dürfen diese S nur gesetzt werden. Schluss-S, der Name verrät es schon. Dieses Rund-S wird nur an Wort auslauten oder Silben auslauten gesetzt. An allen anderen Positionen das Stab-S. Und das Stab-S wird oft so als, ja, Besonderheit der Korinnschrift angesehen. Es ist aber kein exklusives Merkmal der Korinnschrift. Dieses Stab-S, das habe ich auch auf Schrifttafeln gesehen, gibt es andeutungsweise auch schon in der römischen Kursive. Also dieses schlangenförmige S, wie wir es hier unten sehen in der Lateinschrift, dass das immer mehr in die Länge gezogen wird und sich einer Stabform annähert. In gedruckten Büchern in der frühen Neuzeit haben wir auch das Stab-S in der Antiqua, also auch als normalen Buchstaben in den lateinischen Schriften. Zum Beispiel in alten französischen Drucken, so aus dem 17. Jahrhundert, da sieht man das Stab jetzt auch. T, relativ normal, das kennen wir auch aus der Schreibschrift. Über das U habe ich schon was gesagt. V, W haben hier auch diese Schlingen. Und das W hat nochmal so einen, sieht eigentlich aus wie das V hat, aber so einen Auf- und Abstrich mehr. Das X hat im Gegensatz zur Lateinschrift diese Unterlänge und man sieht schon, dass es gut verwechselbar ist mit dem P oder vielleicht sogar auch mit dem Y. Das kommt ja auch nicht so häufig vor, also da kann man wirklich, auch wenn man viele Dokumente aus der Zeit liest, kann man wirklich das an einer Hand abzählen, wann mal das X vorkommt, aber man sollte sich bewusst sein, dass das X diese Unterlänge hat. Y, gut, und das Z. Das Z würde man vielleicht, ja, in der normalen deutschen Schreibschrift auch so schreiben. Ich schreibe es auch oft noch so. Hier sind noch ein paar Sonderformen. Hier die Umlaute. R, Ö, Ü. Ch, interessant, das sieht schon anders aus als die Lateinschrift. Wir haben hier dieses einfache C und das H. C, K, so ein weiterer Digraf. Dieses C, K wird in der, ja, in historischen Dokumenten oft auch verschliffen. Das heißt, dieses C rückt ganz nah an das K dran. Das K wird dabei etwas anders geschrieben, sodass C, K auch manchmal aussieht wie ein Buchstabe. Aber sich unterscheidet von dem einfachen K und dann kann man erkennen, okay, die Person schreibt das C, K auf diese Art und Weise. Hier ist es in Reihenform mit einem getrennten C, mit einem getrennten K. Das SZ, das ist ja hier unten in der Lateinschrift so letterähnlich. Hier sieht man noch sehr gut, wie das entstanden ist. Hier sieht man ja eigentlich ein Stab S und so ein Z als Ligatur, also als verbundene Buchstaben. Und wir haben das TZ. Ja, die Großbuchstaben sind auch interessant. A erkennt man recht gut. Das ist ja nicht dieses gewinkelte A, sondern eher so ein großes, bauchiges A. B, C, leicht verwechselbar. Das D sieht man schon, auch leicht verwechselbar, aber mit dem kleinen D. Da sollte man, wenn man jetzt ein Schriftstück vor Augen hat, schauen, wie benutzt der Schreiber, die Schreiberin Groß- und Kleinschreibung generell. Und dann kann man darauf schließen, wie wohl das D gemeint ist, jetzt am Beginn von Substantiven. Weil es kann gut sein, dass das große D nicht so in Reinform mit so einem schönen, dicken Bogen, wie hier auf der Tafel ausgeführt wird, sondern auch klein, zackig. Und im ersten Moment würde man denken, naja, das ist ein kleines D. Und da muss man sich aber rückversichern. Das E geht sehr deutlich unter die Grundlinie hinunter mit dieser Unterlänge. F hat zwei Varianten. Das G ist auch das ganz ähnlich dem normalen Schreibschrift G, wie wir es kennen. Kompliziert ist das H. Diese Form vom H ist noch relativ gut erkennbar. Es gibt aber auch die, quasi die Sonderform oder die Großform des Hs, wie wir es jetzt als kleines H kennengelernt haben. Und da kann es sein, dass man etwas knobeln muss, um herauszufinden, dass das ein H ist. Ja, I und J. unterscheiden sich hier durch die Unterlänge. Das I kann man mit diesem mittleren Strich schreiben oder ohne. Das K ist relativ gut erkennbar. L, sehen wir hier, ist vielleicht zu verwechseln mit C oder B. Muss man darauf achten. M, N. Die haben hier diese Schlaufen. Ja, das M eine Schlaufe mehr. O, P. P. Ein Unterschied. Die Unterlänge bei dem P. Wichtig. In dieser Reihe ist vor allen Dingen hervorhebenswert auch dieses große S. Das entspricht in keinster Weise jetzt grafisch diesem schlangenförmigen S, wie wir es gewohnt sind. Das muss man erkennen lernen. Das ist einmal diese große Schlaufe auf der Grundlinie. T, U, V. Einigermaßen gut erkennbar. In dieser Reihe ist das X bemerkenswert, das man mit einem normalen lateinischen großen H verwechseln könnte. Y, Z sind quasi die großgeschriebenen Versionen der Kleinbuchstaben. Hier noch eine interessante Ligatur, könnte man fast sagen. Die Kombination aus dem großen S und dem großen T hier oben verbunden. Als, ja, eine Sonderform, die hier aufgeführt ist. Als Abschluss habe ich eine Schrifttafel hier reinkopiert, der Sütterlin-Schrift, weil ja die meisten Leute dieses Schlagwort Sütterlin oder die Bezeichnung Sütterlin kennen für alte deutsche Schrift. Hier nochmal möchte ich nochmal die Aufmerksamkeit darauf richten, dass die erst von 1911 ist, von Ludwig Sütterlin als Schulausgangsschrift entwickelt. Und wir sehen hier, dass sie keine Neigung aufweist. Ja, das ist eine ganz gerade Schrift. Sie hat nicht diesen rennenden, diesen Neigungswinkel. Die Strichstärken sind auch überall gleich. Ich gehe nochmal zurück. Bei der Korinnschrift haben wir unterschiedlich starke Strichstärken. Das heißt, man hat die durch den Winkel der Feder, hat man ja diese, zum Beispiel die dickeren und dünneren Linien erzeugt. Bei Sütterlin sehen wir immer die einheitliche Strichstärken. Ja, zum Schluss möchte ich nochmal kurz was zu der Lektüre sagen. Es geht natürlich auch immer um den Sinnzusammenhang der Texte. Also, wenn ich jetzt sehr grafisch die Schriften erläutert habe, dann geht es nicht darum, dass man jetzt sklavisch irgendwelche Striche zählt oder sich anschaut, wie lang denn jetzt nur der oder jener Strich ist, sondern dass man immer versucht, den Kontext, auch den historischen Kontext der Schreiberinnen und Schreiber, den historischen Kontext dieses Dokuments zu reflektieren, dass man quasi schon Interpretationsarbeit leistet und eine gewisse hermeneutische Arbeit vollbringt und den Sinnzusammenhang des Textes mit beachtet. Schwierig sind besonders Eigennamen zu lesen, weil sie ja seltener sind als hochfrequentive Wörter der Alltagssprache. Also Eigennamen, zum Beispiel Personennamen oder Ortsnamen, die sind besonders schwierig zu lesen. Da muss man sich besonders anstrengen und vielleicht auch recherchieren, was es denn sein könnte. Also die hermeneutische Arbeit gehört immer dazu. Und es ist auch noch ein Tipp, schwierige Stellen vielleicht mal einen Tag liegen zu lassen, sich Hilfe zu holen, andere Leute drüber lesen zu lassen und mit einem frischen Blick dann schwierige Stellen vielleicht einen Tag später nochmals zu beurteilen. Ja, das war das sehr basale Video zum Alphabet der deutschen Korinnschrift, vor allen Dingen um grundlegende Lektürefähigkeiten zu erlernen, wie man historische Dokumente, zum Beispiel des 19. Jahrhunderts oder um 1900, entziffern kann und hoffentlich auch irgendwann flüssig lesen kann. Die Beispiele der Buchstaben der Schrifttafeln stammen aus diesem Buch von Harald Süß. Da gibt es auch verschiedene Auflagen. Harald Süß, deutsche Schreibschrift. Sehr sinnvoll ist auch ein älteres Buch von Paul Arnold Grun. Ich meine, das stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ursprünglich. Leseschlüssel zu unserer alten Schrift. Ein sehr wissenschaftliches und sehr gutes Hilfsmittel ist von Karin Schneider, Paläografie- und Handschriftenkunde für Germanisten. Da geht es dann auch um mittelalterliche Schriften und die Entwicklung bis in die frühe Neuzeit hinein. Und ganz klein habe ich einen Klassiker der Paläografie noch angeführt, nämlich Bernhard Bischof, Paläografie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Das war's. Vielen Dank.